Eulenproduktion Gegner versuchen es noch immer südöstlich im Feld zu laufen im Kornfeld Sagt euren Leuten, über Norden kommt man relativ gut rein über die Gebäude Wir brauchen noch mehr Leute im Cap Über Norden kommt man gut rein über die Gebäude Ist die Info die ich weitergeben soll Ja auch, über Süden kommen sie auch Jo Ja Ja Die Leute müssen in den Hardcapper Geht rein Und deinen Außenbosten zerstören Die Allianz hat erst mal recht Hier ist gerade noch nichts Kannst dann schneller vorbewegen, bitte Sorry, das ist wichtig Ja Die kommen jetzt hin Aus dem Norden Die kommen jetzt hin Feindlicher Panzer rück an Feindlicher Panzer rück auf der Biel an Ok Leute zurückziehen Rear Battery Rear Battery Garnison ist heiß Wir haben Leute an der Rear Battery Garnison Als ob die jetzt schon bei beiden Punkten sind Church Road Spawn Church Road Spawn Wir haben aber zu Church Road von dem Verteidigen hier Ich hoffe dass hier mehr Garnis bauen Ich sehe Church Road sind es nicht Nein, nein, ich glaube Heftig Arme Zonen durch Schuss Rear Battery ist auch wieder frei, auch auf Rear Battery Spawn bitte Versuchen zu kämpfen Die haben es einfach nicht gecheckt, glaube ich Die ganz vorne produzieren im Schnull Und die, äh Die versteht bei wer will, die produziert plus 15 Alle Mann zurückziehen Wir können nur noch Rear Battery Spawn Church Road ist Garnison weg, wir brauchen neue Garnison auf Church Road Auf mal ping Auf mal ping Dort wird bleiben, die Verteidigungen stehen Ah ok Reine Ich versuche hier noch ein paar Außenposten auszuschalten Und dann Ja Eulen und dann Wie schaffen wir denn unser Mon E7 da dass es sich dann auch auf den NDR auch Deine Bei